So Leute und Willkommen zu meinem 18. Part von meiner Dark Orbit Reihe. Heute mal im Leonov, weil heute gehe ich nicht jagen oder sonstiges. Ich gehe entweder nur Alien schießen oder schön fürs Zeus Event hier Boxen sammeln, weil ich brauche mal die Zeus oder Teile davon. Und ja, deswegen befinden wir uns jetzt nur auf den Heimatmaps. Und schießen einfach mal so ein bisschen und sammeln Boxen, keine Ahnung, was man halt so macht. Gerade habe ich ein kleines Test gemacht, weil ich jetzt mit Fraps aufnehme. Das heißt, ich sehe hier jetzt alles in Vollbild. Und ja, ich hoffe mal, dass es nicht so viel leckt jetzt bei euch, weil das lag an Camtasia. Das hat, also bei mir lag es nämlich nicht und das kommt einfach so lagend drüber. Und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt mit Fraps behoben ist. Ja, wie gesagt, was kann man sonst noch sagen? Ja, ich schieße jetzt gerade meine schlechten Raketen weg, weil ich zu geizig bin, die jetzt zu verkaufen. Und ja, was können wir denn sonst noch sagen? Genau, mein Pad ist nicht mit Lasern ausgerüstet, das ist perfekt. Oh, ich habe einen HP-Booster. Ja, ja, genau. Oh, jetzt fällt mir gerade noch ein, irgendjemand aus Skype, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der wollte eigentlich im Let's Play da drin sein und ich sollte ihm Bescheid sagen. Habe ich jetzt vergessen. Tut mir leid, also wenn du das siehst, du halt, nächstes Mal bist du bestimmt dabei. Aber ich glaube, er ist auch nicht gerade, ich glaube, der ist auch gerade nicht online und, äh, ja. Okay, ähm. Ja, was wollte ich nochmal machen? Genau, äh, Zeus. Zeus-Event, ähm, ja, mit Zeus hatte ich noch nie Glück und ich hoffe mal, dass es im Let's Play jetzt ein bisschen besser abläuft. Das ist die Schild-Konfi, genau, deswegen mache ich auch so wenig Damage. Weil da habe ich wirklich gerade nur Schild drin. Falls wir mal abgeschossen werden, dass wir noch, äh, einigermaßen gut abhauen können. Und ja, ich frage mal, wo kann man am besten Box, äh, äh, Beute-Boxen sammeln? Ähm. Ach ja, hier. Äh, ne, ne, ist falsch. Oh, dieser Frankie 08, ich weiß nicht, haben wir den gerade schon gesehen? Der ist jetzt der MMO-General, äh, ein Botter-MMO-General. Also, ich habe ja nichts gegen Botten, ich schätze was, die meisten wissen das auch schon. Ähm, aber ein General als Botter finde ich scheiße, oh, oh, oh. Äh, finde ich verdammt scheiße. Weil, äh, ich glaube, ein General ist dafür da, die viermal sozusagen zu vertreten, äh, bisschen Ehre auszustrahlen, dass man einfach mal ein bisschen, ja, wie sagt man das so gut, äh, bisschen, bisschen, bisschen zeigt, was man als MMO-General kann oder irgendwie sowas. Und nicht einfach nur zu botten, weil der Typ, der bottet ja schon richtig hart, der hat über drei Millionen Aliens weggehauen und, äh, ja. Wer ist das denn hier? Sinnerfoch oder so. Jetzt habe ich, und jetzt habe ich nicht gelesen, was da, was, was, was da jetzt war, äh, wo, wo man am besten Boxen sammeln kann. Und ich habe natürlich vergessen, meinen Timer einzustellen, das, äh, passiert mir, glaube ich, bei jedem Part. So, ich mache den jetzt mal an. Jetzt mal so drei, vier Minuten, zwei, drei Minuten haben wir jetzt aufgenommen. Ähm, ist jetzt auch nicht so tragisch. Und wenn ich das jetzt hier gerade so alles im Vollbild sehe, finde ich, dass hier alles so ein bisschen, ja, ein bisschen vor Pixel drüber kommt. Äh, ich hoffe mal, dass man sieht man nicht in der Aufnahme. Und ich hoffe, man hört mich auch gut. Äh, ja. Okay, irgendwie finde ich jetzt keine Boxen. Ach, Arschloch. 7. Oktober, ich mag dich nicht mehr. Ähm, also damit war ich natürlich den Spieler jetzt gerade, der hieß, äh, 7. Oktober. Wir springen einfach mal rüber. Hoffentlich haben wir da mehr Glück. Och, wie süß. Ach, Mann, und jetzt habe ich keine Updates wieder drin. Ich hasse sowas. Ich jump einfach mal rüber hier, weil der doch auch jumpt. Na, komm schon. Ha. Komm, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran. Boom. So, den haben wir weg. Ähm, ja. Wollte ich zwar also nicht, also eigentlich so jagen gehen, war das jetzt ja nicht. Oh, ach, Zipom, ich bin reich. Wow. Wollen wir direkt aufs Schild drauf. Ja. So, wir starten mal wieder auf X1, damit wir hier so ein bisschen mehr, äh, so ein bisschen auch, äh, helfen können hier den Typen. Alien King Productor. Ist hier auch gerade, kenne ich zwar nicht, aber, naja. Der wollte mir den Killstealen, oder was heißt Killstealen, den, das Alien-Clone, damit ich das nicht angreife. Da hat er sich aber geschnitten. Vorline. Jo, eine Box. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass ich hier auch was Schönes bekomme. Hm, hätt mich auch gewundert, wenn ich jetzt was Gutes bekomme. Der LR4 wäre auch geil, also. Oder Ivo überhaupt, ich ein Design, irgendwas Gutes, außer nur so Müll. Ja. Ähm. Ja, komm, ich frag mal, ob hier... ...irgendjemand, jemanden grüßen will. Oder, ne. Moment, ich gucke erstmal mal wieder keiner vom Clan on. Naja. Ja gut, ist ja auch noch etwas früh, wenn ich wüsste, wie spät es ist. Aber ja. Ja, wie gesagt, äh, ne, hab ich noch nicht gesagt, aber ich hab jetzt Ferien. Das heißt, es werden locker mehr Parts kommen. Und, ja. Und, ja. Genau, und ich kann ja mal diese Star-Formation reinhauen. Das, weil wir benutzen ja zur Zeit keinen Rocket Launch. Und, ja. Die hab ich mir einfach mal gekauft, weil, ja. Sieht eigentlich recht schick aus und... ...hilft ein bisschen. Weil ich ja eigentlich sonst keine Rocket Launcher benutze und... ...ja. Ähm. Okay, jetzt kommen hier immer mehr Aliens, aber keine Boxen. Das ist natürlich, äh, auch wieder großer Mist. Weil ich wollte jetzt einfach mal so ein bisschen, äh, mehr Aliens schießen und nicht mehr so viel jagen, weil ich hab, glaube ich, fast bei jedem Part jage ich. Oder was heißt jagen, eher mehr so Loop-Skillen. Ähm, ja. Also, ich versuch nämlich gerade mein, äh, meine, meine Harvok-Seal zusammenzubekommen, aber bis ich erstmal Zettergate fertig hab, das dauert bei mir Jahre. Das ist genau so, als will man Bundespräsident werden bei mir. Die Chance so hoch für eine Harvok. Und, ähm, ja. Aber, man kann ja nicht alles haben, ne. Ach, komm, lassen wir den. Weil ich hab keine Updates drauf, sonst würde ich den jetzt weghauen. Oder versuchen, wenigstens wegzuhauen. Naja. Ähm. Ähm, wer hat mich denn noch angeschrieben, dass er im Let's Play wollte? Es waren schon irgendwie drei oder so. Einer von Alp. Der hat mich im zweiten Part weggehauen. Ähm. Aber, äh, das heißt auch, dass er wohl recht gut war. Äh, da hatte ich zwar noch keine Harvok. Aber, naja. Er hatte trotzdem, ich glaub, jetzt hat er bestimmt alle Harvoks, oder was weiß ich nicht, was er jetzt alle hat. Äh. Ist aber trotzdem immer noch besser als ich. Und, ähm, ist auch Mars, ist Alp Mars. Ja, ja, Alptraum müsste Mars sein. Oder Alp, ich weiß nicht, heißen die Alptraum. Ich hab echt keine Ahnung von den Clans. Und, ähm, ähm, ja. Und mich wundert, dass ich noch keinen Sibbelonen gesehen hab. Weil sonst fliegen mir die Dinger meistens hinterher. Äh, hier, irgendein Kollege von Krümmel LP, oder, oder Forever LP, oder wie man ihn jetzt nennen mag. Ähm. Der hat das gemacht und der hat wirklich nur Müll bekommen. Und er hat sich, glaub ich, wirklich dafür angestrengt. Äh, ja. Deswegen mach ich das auch nicht. Und, ja, die Dinger sind mir irgendwie so oder so zu stark. Die, die machen ja, die Slown ja und dann 20k Damage. Äh. Naja, ne. Moment, aber habe ich Kami müsste ich drin haben, oder nicht? Moment, 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 Moment. Äh, was? Ich hab da nicht... Hier hab ich da drin. Wie, die hast du nicht mitgenommen? Och, komm schon. Naja. Äh, wie, wie, ja, nehmen wir auf. Okay, so lange nehmen wir auch schon auf. Äh, Praktikum hab ich abgeschlossen. Wie gesagt, äh, sieht auch sehr gut aus. Siegner Lehrstelle, muss ich da auch mal beisagen. War verdammt, äh, hat mir auch eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Also, erste Woche war nicht so gut. Zweite, dritte war eigentlich recht cool. Hab auch noch 50 Euro bekommen. Äh, ja, darf man ja eigentlich nicht für ein Praktikum. Oder für ein Schulpraktikum. Ähm. Aber, das machen, glaub ich, die meisten Betriebe. Äh, also ich bin froh, dass ich so einen Betrieb hab, der jetzt sagt, äh, ähm, hier, hier, also mit dem ich gut klarkomme. Weil, ähm, ich hatte viele von meinen Klassenkameraden, die haben gesagt, äh, boah, ne, da nie wieder hin. Manche sind auch extra dann zur Schule gegangen, um da nicht, äh, um da nicht weiter Praktikum machen zu müssen, weil sie es einfach so kacke fanden, nichts zu tun. Oder, keine Ahnung, was gibt's denn noch? Äh, oder schlecht behandelt wurden, oder, 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 oder zu viel zu tun, oder kein Bock einfach. Naja. Äh, ja. Aber halt so circa 70% fanden Praktikum gut und die Reste, 30% fanden das derpstscheiße. Also, die haben gesagt, da ist Schule Luxus gegen und in der Schule sagen sie, boah, Schule scheiße. Ähm, ja. Hm, was kann man denn noch erzählen? Ja, wie gesagt, MMO bekam jetzt eher negatives Feedback, also. Äh, MMO ist doch scheiße. Aber ich finde, das ist genau gleich, als wenn du jetzt bei Venus bist. Hast du halt so ein, andere Maps und andere, und so ein anderes Zeichen daher. Und, ähm, ja, die Rangpunkte sind niedriger. Also, Rangpunkte bin ich ja schon, ich will ja irgendwann mal meinen Stern auch erreichen. Und, ja, hier hat man einfach bessere Chancen. Außer halt, wenn dieser Frankie und Nami, äh, weg wären, dann hätten wir, dann wären, wären, wären die Rangpunkte schon deutlich niedriger. Und, 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 äh. Und, ja, wir hätten keinen Botter mehr als General. Mal kommen, den Devo können wir auch mal. Und, ähm, ja. Hm. Was kann man denn noch erzählen? Ja. Status. In den Boxen nichts Gutes gefunden. Aber ich hab ja noch ein bisschen Uri. Ich schätze mal, bis mein Uri weg ist, mach ich jetzt die Aufnahme. Außer ich find hier keine Boxen mehr. Und, ja. Ähm, ist das, also, mir kommt das wenigstens so vor. Also, immer wenn ich jetzt Aliens schieße und, ähm, ich bekomm aus denen diese Boxen. Ich hab noch nie was Gutes da drin gefunden in den Boxen, die ich aus den Aliens bekomme. Also, diese Beuteboxen. Kann es sein, dass man, dass das, äh, dass die Chance da geringer ist, dass man was Gutes bekommt? Oder ist das gleich? Oder hatte ich einfach nur wieder Pech, so wie immer? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Jetzt. Sofort. Jetzt. Scroll nach unten. Und schreib deinen Kommentar. Ähm, ja. Äh, was ich auch mal machen wollte mit, äh, Gruppengate. Also, da hätte ich auch mal schon Bock drauf. Brauch halt ne Gruppe. Such ich auch noch welche für. Könnt ihr mich gerne anschreiben fürs Gruppengate. Schreibt da einfach, äh, per YouTube ne Nachricht. Äh, schreibt einfach Gruppengate als Betreff und hier, ich möchte mit dir das Gruppengate spielen oder irgendwas. Und dann schreibt ihr mir eure Skype, äh, Skype, 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 äh, Skype-ID hin. Und, ja, dann add ich euch, schätze ich mal. Ja, dann machen wir das mal irgendwann, wenn ich Zeit hab, wenn ich Lust hab, wenn ich Bock hab. Und, ja, mal gucken. Boah. Okay, ich hab ne FPS von 25, 30, 32. Ich hoffe mal, das leckt nicht, weil, äh, ja, das wäre natürlich übel scheiße. Sonst würde ich da wieder mit Camtasia aufnehmen. Aber, da hat's jetzt auch nicht besser funktioniert. Da hier, wenn der Nami 008, wenn der zum Beispiel weg wäre, dann, boah, dann wären die Rangpunkte aber schön niedrig. Was gibt's denn noch? Gibt's hier sonst noch irgendwelche Botte? Der zum Beispiel. Oder hier, Vater, Sohn. Sonst noch was? Ja, hier, äh, Frankie08 natürlich, der auf jeden Fall, wenn der weg wäre, boah, das wäre schon, äh, sehr schön. Oh, das ist einer von uns. Ja, äh, das ist ja sehr schön, weil, weil, ja, wie gesagt, der hat 3 Millionen Aliens getötet. Ich glaub, der ist kurz vor der 4 Millionen. Und, äh, der macht halt Rangpunkte wie sonst was, ja. Und, ja, und mit den Boxen, das sieht heute ganz schön mager aus, also, müssen wir leider jetzt ein bisschen bei den Aliens bleiben. Und ich laber hier einfach irgendein Müll dazwischen. Ach ja, und wenn ihr hier noch, äh, Lust habt, andere Let's Plays zu sehen, bitte schreibt es mir in die Kommentare, weil, äh, ich will jetzt nicht irgendein Let's Play machen, wo jetzt jeder sagt, boah, Alter, nicht schon wieder so ein scheiß Let's Play. Oder irgendwie sowas, ähm, ja, fänd ich cool. Und ich hatte auch mal vor, so ein Let's Battle zu machen, das heißt, irgendein, keine Ahnung, bei League of Legends oder irgendwie sowas. Und, uh, was ist das denn für einer? Uh, mit denen lege ich mich nicht an. Ich bin weg. Ah, dann. Moment. Ach ja, hier, das, dieser Tourendesigner, das find ich ja, äh, oder hab ich das schon erzählt? Das find ich verdammt cool. Ähm, würd ich auch mal haben, aber, ich glaub, ich hab grad mal, uh, Box. Ich glaub, ich hab grad mal zweimal Alpha, zweimal Beta. Einmal Gamma und einmal Delta, glaub ich. Und ja, man muss halt alle mehrere Male machen. Und ja, Kronos Gate, wenn ich das dann irgendwann mal fertig haben sollte, dann werd ich halt shitzig mal Let's Playen. Ich hab mir ja schon ein Video von YouTube angezogen, äh, reingezogen. Nämlich angezogen, angezogen, reingezogen, natürlich. Und, ähm, Joa, das sah recht schwer aus, meiner Meinung nach. Ach, da ist ein Sublon, ah, okay. Aber, ach komm, hier ist so ein Erd, ich seh doch jetzt noch nicht ganz. Ähm, Boxen, jetzt kommt, alter. Ich hab nicht ewig Zeit, ja gut, eigentlich hab ich, ja, ewig hab ich nicht Zeit, aber ich hab schon jetzt ein bisschen Zeit zu zucken. Kommt nicht oft vor. Ja, doch, eigentlich schon, aber Nicht viel Zeit zum Let's Playen. Ähm. Was haben wir jetzt überhaupt für einen Booster nochmal? EP und... HP. Okay, okay. Ach ja, und soll ich überhaupt ein Let's Play von, äh, Leech of Le- Oh, Box. Von Leech of Legends machen, weil, äh, da hab ich mal so ein bisschen geguckt, ob ihr das wollt, hat mir leider noch, glaub ich, keiner geantwortet. Ich hab's mal in den Feeds gesagt, oder wie man das nennt. Aber, ich schätz mal, das guckt hier fast keiner nach, oder sieht keiner. Deswegen sag ich's jetzt einmal so, Leech of Legends, Let's Play, ja, oder nein. Äh, Leech of Legends, mach ich grad mal Level 20, glaub ich. Und, ja. So, äh, wie gesagt, Boxen, immer noch kein Anzeichen davon. Und ich hatte ja mal so Bock auf so irgendein Horror-Let's Play. Weißt du, so ein bisschen, Wui, 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 und sowas. Nein, einfach so ein bisschen zum Erschrecken oder sowas, keine Ahnung. Irgendwas Gutes, was noch nicht jeder Let's Play hat, so wie, keine Ahnung, Cry of Fear, was Gronkh grad macht, oder oder SCP-080, keine Ahnung, was. Da, das natürlich nicht, aber irgendwas, was noch nicht jeder kennt und was noch nicht jeder Let's Play hat, da hätte ich wohl Bock drauf. Aber da gibt's halt noch nicht, glaub ich, so eine große Auswahl. Ich glaub, weil jedes Spiel, wo du mindestens einmal Let's Play hat. Und, äh, ja. Aber trotzdem, da hätte ich Bock drauf. Äh, würd ich mir dann auch kaufen, wenn's sein müsste. Wenn's gut ist. Ich guck mir natürlich dann irgendeinen Trailer davon an, oder Gameplay, was weiß ich nicht. Äh, um zu gucken, ob das auch Let's Play tauglich ist, sag ich mal. Und, ja. Motto, und du stirbst jetzt. 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 Genau. Ähm, ja. Türki, das ist dein Türki. Soll ich mal auf andere Maps? Aber ich hab jetzt einen Leo noch und auf anderen Maps ist der ja so scheiße. Also, nicht scheiße, aber ist halt nicht so gut, ne. Geweckt ist in meinen Boxen. Hopeless. 200 Credits, ich werde immer reicher. Ist jetzt einer aus dem Clan und natürlich nicht. Äh, ich glaub, ich geh jetzt gleich mal wieder auf die 1, 3. Wenn die Typen da weg sind, aber ich glaub, die schießen kein Leonov ab. Weil Leonov, wenn ich ehrlich bin, die bringen sowas von wenig und haben so viel Leben. Ich glaub, da kümmert sich keiner mehr rum, die abzuschießen. Lach alleine, Lach alleine, uh, uh. Okay. Pet, was soll ich hier noch? Lock. Ähm. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Irgendein Thema wollte ich gerade ansprechen, hab's jetzt aber auch schon wieder vergessen. Ähm. Ja, schade. Eigentlich auch, komm. Ja, da, meine. Ja, da, meine. Oh, meine, oh, meine Ohren, die tun sowas von weh, das ist echt heftig. Wegen dem Headset, aber ich glaub, das hab ich auch schon mal gesagt. Und ja. Und wir kriegen nur Müll, Leute, nur Müll. Und jetzt hab ich schon 10.000 Uri verballert. Äh, war da ne Box? War da ne Box? Nein, war leider keine Box. Moment, ist das, ist das, ist das, ist das hier dieser Frankie? Nein, Namen. Ist Frankie offline? Aber ich glaub wohl nicht. Wie, im Moment. Franky 08, so heißt der da, oder? Ja, ich glaube nicht.